Ein TÜV für Lernmaterialien? Ja, könnte man so sagen. Der TÜV prüft technische Geräte und Fahrzeuge auf Mängel und gibt ihnen dann die Plakette, dass sie auf die Straße oder benutzt werden dürfen. Das OER-Prüfinstrument prüft Lernmaterialien, ob sie quasi geschlossen sind und damit Mängel haben. Geschlossen meint, dass sie urheberrechtlich nicht erlauben, sie zu bearbeiten, weiter zu verteilen, öffentlich zu machen, zugänglich zu machen. OER lebt davon, genau diese Erlaubnis allen zu ermöglichen. Und wir prüfen, welche Mängel noch bestehen, bei welchen Inhalten die Öffnung, diese Erlaubnis gegeben werden muss. Und wenn das erledigt ist, haben wir mehr offene Bildungsmaterialien, mehr OER.